Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem kurzen Marktupdate. Die Bullen haben gestern im S&P 500 nach einer zweitägigen Korrektur wieder zu einem Angriff angesetzt. Das wollen wir uns gleich mal genau anschauen und bevor es losgeht, gibt es wie immer den obligatorischen Risiko in Wahrheit. Der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollte sich natürlich bewusst sein und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlungen ausspreche. Gehen wir direkt drüber zu den Charts und so nah war der S&P 500 einer Trendumkehr in den vergangenen Monaten noch nie. Das ist die übergeordnete Struktur und der Index durchbricht jetzt das 78,6% Retracement der vorherigen Abwärtsbewegung, notiert mittlerweile auf dem höchsten Stand seit mehr als 5 Monaten und hat den Abstand zum Augusthoch auf weniger als 4% verringert. Am Augusthoch würde sich entscheiden, ob es einen neuen Bullenmarkt gibt oder nicht, weil von hier der letzte Abwärtsimpuls begann und hier werden vermutlich die meisten Stops liegen und da könnten eben die meisten Marktteilnehmer ihre Meinung über den Markt ändern. Der Deutsche Light Index könnte seine Gewinnserie für eine dritte Woche in Folge fortsetzen, stößt aber auch schnell auf Widerstand, 15.610 Punkte und dann hätten wir aber auch den Weg frei in Richtung Rekordhoch. Euro-Dollar korrigiert in dieser Woche, prallt aber auch am 61,6% Retracement der vorherigen Aufwärtsbewegung ab und versucht eben einen Teil der jüngsten Verluste auszugleichen. Gold reagiert ebenfalls, notiert aber im Vergleich zum Euro-Dollar-Paar deutlich im Plus und hat hier in dieser Woche auf das 50% Retracement reagiert. Lasst gerne einen Daumen da. Mehr Analysen gibt es in meinem Video von heute Morgen. Den Link gibt es natürlich wie immer unten in der Beschreibung.